Apollonius Moulon war einer der bedeutendsten griechischen Rhetoren des 1. Jahrhunderts vor Christus. Er war als Anwalt tätig, bevor er sisshaft wurde und eine Rhetorik-Schule gründete. Moulon wurde in Alabanda geboren, lebte später aber auf Rhodos. Für seine Wahlheimat fungierte er als Botschafter und reiste als solcher zweimal nach Rom. Wirken als Lehrer, selbst Schüler des Menekles, vermittelte Moulon nun in seiner Schule auf Rhodos sein Wissen. Obwohl einige seiner Schüler lateinsprachig waren und trotz der vorherrschenden Rolle des Römischen Reiches sprach der Gelehrte Moulon kein Latein. Dank seiner Brianz und seines Ruhms wurde ihm die große Irre zuteil, im Römischen Senat in einer anderen Sprache als Latein vorzusprechen. Die berühmtesten Schüler Moulons waren Cicero, der von 79 bis 77 v. chr. auf Rhodos weilte und Cäsar, den Moulon ein Jahr unterrichtete. Cicero war antiken Stimmen zufolge der Lieblingsschüler Moulons und wurde während seiner Ausbildung dessen Freund. Moulon lehrte seine Schüler, Reden schlicht und verständlich zu halten. Üblich war zu seiner Zeit der asianische Stil, der verschnörkelte Redewendungen und komplizierten Reden vorsah. Der Gelehrte lehnte diesen Stil ab und forderte das einfache Wort. Weiterhin verlangte er von seinen Schülern, sich sofort hinzusetzen, sobald sie Emotionen bei ihrem Publikum geschürt hätten. Denn nichts trocknet schneller als eine Träne. Cicero und andere erlernten von Moulon alles, was zum Halten einer politischen Rede notwendig war. Langes Reden ohne Notizen, reden in der freien Natur. Die Aufmerksamkeit der Menge zu erhalten und gegen die Menge anzusprechen sowie Gestick und Haltung. Die von Josephus geäußerte Meinung, dass Moulon ein Anti-Judaist war, entspricht wahrscheinlich nicht der Realität. Vielmehr waren wohl die Stoiker des Poseidonius das Ziel seiner Kritik. Von Moulon ist kein Werk erhalten. Man vermutet, dass die Werke in den Wirren der Völkerwanderungszeit verloren gingen. Zitate Zu Cicero sagte Moulon laut Plutarch Dich Cicero, lobe ich und zolle dir Bewunderung, aber Griechenland muss ich bedauern, wenn ich sehe, dass der letzte Vorzug, der uns Griechen noch geblieben war, durch dich an die Römer übergeht. Die Bildung und die Kunst des Wortes Cicero sagte über seinen Lehrmeister Moulon über Emotionen Am Techniker Tief Tief